Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillahi rabbil alamin, herzlichst willkommen, liebe Muslime und Nichtmuslime, zu einer weiteren Folge von das islamische Benehmen. Und tatsächlich hat uns die Religion auch Benehmen vorgeschrieben. Dieses Benehmen ist basiert natürlich auf Koran und Sunna, weil niemand es besser weiß als Allah, der den Menschen ihr Leben bestimmt hat. Und nicht nur bestimmt hat, sondern ihnen auch gesagt hat, welche Eigenschaften sie als Muslime, als rechtschaffende, gottergebende Diener sich aneignen sollen, damit Allah, sallallahu alaihi wa sallam, mit ihnen zufrieden ist. Uns obliegt nicht die Zufriedenheit der Menschen zu erreichen, sondern vielmehr die Zufriedenheit von Allah, sallallahu alaihi wa sallam. Und diese erreichen wir nur, indem wir auch studieren, was im Koran und in der Sunna, in den beiden Grundquellen der Muslime geschrieben steht, damit wir auch, insha'allah ta'ala, nicht andere Eigenschaften und nicht andere Werte uns aneignen, als die, die uns vorgeschrieben wurden. Und Allah, sallallahu alaihi wa sallam, ist der Abrechner am Tage der Auferstehung. Zu ihm werden wir zurückkehren und dann wird Allah, sallallahu alaihi wa sallam, uns, sallallahu alaihi wa sallam, kuntun. Ob wir Gutes oder Schlechtes gemacht haben, möge Allah, sallallahu alaihi wa sallam, niemanden von uns sterben lassen, bis er mit ihnen zufrieden ist. Allahumma amin. In eurer geehrten Anwesenheit, liebe Geschwister, werden wir heute, biiznillassamil alaihi, über al-Adab, das Benehmen sprechen, bei Schicksalsschlägen, beziehungsweise Prüfung. Und ein jeder sollte wissen, Allah, sallallahu alaihi wa sallam, hat uns nur erschaffen, damit wir ihm dienen. So sagt er, sallallahu alaihi wa sallam, in seinem edlen Buch, Wir haben doch den Menschen aus einem Samengemisch erschaffen, um ihn zu prüfen. Allah, sallallahu alaihi wa sallam, hat uns hier ganz klar mitgeteilt, dass wir nur hier sind, um geprüft zu werden. Ein jeder, der ein anderes Leben erwartet, als ein Leben in Prüfung, hat nicht verstanden, was Allah gesagt hat im Koran. Und Allah, sallallahu alaihi wa sallam, sagt uns im Koran, höre diese Wörter, die bei mir und bei dir eine Änderung des Lebens herbeibringen müssen, hervorrufen müssen. Allah, sallallahu alaihi wa sallam, derjenige, der den Tod und das Leben erschaffen hat, damit er euch prüft, wer von euch die besten Taten macht. Aber ist die Prüfung nur im Schlechten oder auch im Guten, mit Dingen, die uns unangenehm sind, schwerfallen oder auch mit Guten? Nein, sowohl dieses als auch jene. Allah, sallallahu alaihi wa sallam, sagt, وَنَبْلُوكُمْ بِشَرِّ وَالْخَيْرِ فِيطْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ Wir werden euch gewiss prüfen mit Schlechtem und mit Gutem und zu uns kehrt ihr zurück. Deswegen sollte ein Muslim sich nicht täuschen lassen von diesem diesseitigen Leben, indem er denkt, dass alles so laufen muss, wie er es sich wünscht. Denn dieses wäre wahrlich ein Leben ohne Prüfung. Aber wofür wollen wir das Paradies? Das Paradies können wir nur erreichen, indem wir auch geprüft werden. Glauben diejenigen, die wenn sie nur sagen, wir glauben, wir haben das alle behauptet, wir glauben, dass wir sie in Ruhe lassen. Allah sagt, glauben sie, sie glauben falsch. Mit anderen Worten, sie glauben falsch. Glauben diejenigen, die sagen, wir glauben, dass wir sie in Ruhe lassen. Wir werden sie so prüfen, wie wir diejenigen geprüft haben, die vor ihnen waren. So hat Allah gewiss die Wahrhaftigen gesehen und so hat Allah subhanahu wa ta'ala die Lügner gesehen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu den rechtschaffenden und wahrhaftigen Dienern schreiben. Das heißt, liebe Geschwister, die Prüfung sie muss. Und wenn du denkst, dass du einen Weg voller Rosen vorgezeichnet bekommst und die Leute bejubeln dich von der linken und von der rechten Seite und die Islamhasser, ob sie von den Behörden oder anderen Institutionen sind, sie kommen zu dir und sagen, wir werden dir helfen, die Sunnah zu praktizieren, so hast du weder etwas vom Koran noch etwas von der Sunnah verstanden. Daher lasst uns heute erlernen, wie der richtige Adept, wie das richtige Benehmen bezüglich dieser Angelegenheit ist, liebe Geschwister. Alle Menschen sind gleich, wenn es ihnen gut geht. Aber wenn die Prüfung kommt, dann siehst du gewaltige Unterschiede zwischen ihnen. Höre was Al-Hassan Al-Basri Rahimullah Ta'ala und Ibn Kathir Rahimullah Ta'ala hat diese Aussage in Al-Bidayah und Nihaya festgehalten. Er sagt Al-Hassan Al-Basri Wenn die Prüfung einsetzt, sind alle Menschen gleich. Wenn die Prüfung? Er sagt, wenn es den Menschen gut geht, sind alle Menschen gleich. Aber wenn dann die Prüfung herabkommt, heruntergesendet wird, wenn die Prüfung eintritt, dann unterscheiden sich die Menschen. Solange es den Menschen gut geht, sind sie alle zufrieden mit Allah und mit ihrem Leben. Aber wenn dann die Prüfung eintritt, dann siehst du, dass sie sich deutlich unterscheiden. Ja, manch einer, der vorher gläubig war, fällt dann in den Kuffr, in den Unglaube. Möge Allah Azza wa Jal uns und euch bewahren. Das bedeutet nichts anderes, als dass die Trennung zwischen einem Gläubigen und einem Ungläubigen diese Prüfung ist. Weil solange diese Prüfung nicht da ist, dann macht er sich nichts daraus. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sagt Solange ihn Gutes trifft, ist er damit zufrieden. Wenn ihn aber dann die Prüfung trifft, dann kehrt er um auf seinen Fersen. Das heißt, er geht dann Richtung Unglaube und nicht mehr Richtung Unglaube. Er verliert die Dunya und die Akhira. Das ist der deutliche Verlust, sagt Allah Azza wa Jal. Solange es einem gut geht, warum sollte man meckern? Warum sollte man sich beschweren? Alles läuft gut. Ich bin zufrieden mit Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aber Wenn ihn dann die Fitna trifft, er bekommt eine Krankheit, eine üble Krankheit. Leute sterben aus seinem näheren Umkreis, aus der Familienwande. Er verliert sein Vermögen. Er wird geprüft von Behörden, die den Islam hassen. Hier siehst du, dass diese Person dann seinen Weg ändert. Warum? Weil er mag diese Prüfung nicht. Aber Allah Azza wa Jal wird uns nur mit dem prüfen, was wir nicht mögen. Was wäre es für eine Prüfung, dass Allah Azza wa Jal uns mit Sachen testet, prüft, wo wir überhaupt gar kein Problem hätten, diese Sachen zu unterlassen. Oder mit diesen Sachen geprüft zu werden. Das wäre überhaupt dann kein Problem für uns. Wo sollte hier der Lohn, Yaumul Qiyama, auf uns warten, liebe Geschwister. Nein, vielmehr prüft Allah uns mit Dingen, die unser Herz liebt. Huji batil jannatu bil makarir, sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in einer authentischen Überlieferung bei al-Bukhari. Das Paradies ist umgeben von was? Von unangenehmen Dingen. Fünfmal am Tag zu beten. Am Tag und in der Nacht. Auf Halal und Haram zu achten. Das Erlaubte und das Verbotene zu bewahren. Dass du gut bist zu den Menschen, deren Rechte nicht verletzt. Das alles sind Dinge, die uns Tag ein, Tag aus beschäftigen. Wir müssen darauf Wert legen und diesen Sachen nachgehen, damit wir auch nicht Yaumul Qiyama eine böse Überraschung erleben, liebe Geschwister. Das ist die Prüfung. Mit etwas, was schwer ist. Es fällt einem schwer, morgens zum Fajr-Gebet aufzustehen, zum Frühgebet. Vor allen Dingen, wenn das Frühgebet vielleicht sogar um 3.30 Uhr beginnt. Und die Tage sind vielleicht kalt oder heiß, sehr heiß. Und es ist nicht leicht, Leuten, die Übles machen, das Gute zu gebieten. Das ist nicht immer leicht. Aber das Entscheidende ist hier, dass wir geprüft werden damit. Mit was? Mit dem Paradies. Das Paradies braucht Leute, die auch in dieser Dunja mit diesen unangenehmen Sachen geprüft wurden, damit Allah Azza wa Jalla es ihnen vergeltet, Yaumul Qiyama, und sie dann in das Paradies hereinkommen, liebe Geschwister. Warum? Kommen diese Prüfungen auf uns heran? Ist jemand, der von einer Prüfung erfasst wird, ein schlechter Mensch? Vielleicht sogar ein Kahrtisch? Ist das ein Mensch, den Allah subhanahu wa ta'ala nicht liebt? Allah subhanahu wa ta'ala, und ich möchte meine lieben Geschwister bitten, dass sie jetzt in dieser Angelegenheit sehr gut aufpassen, weil wir haben zwei Extreme in dieser Angelegenheit, die einen sagen, wer erwischt wird, wer geprüft wird mit einer Sache, die er nicht mag, das ist eine Strafe. Und das andere Extrem, derjenige, der geprüft wird mit einer Sache, so ist er in jedem Fall auf dem besten Weg. Das ist falsch und das ist falsch. Und wir werden heute, insha'Allah ta'ala, den Mittelweg kennenlernen, liebe Geschwister. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat As-Shura 30, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und was auch immer euch an Unheil trifft, so ist dieses nur durch das, was eure Hände vorausgeschickt haben. Das heißt, was ihr an Übel gemacht habt, und Allah verzeiht tatsächlich vieles. Allah, er subhanahu wa ta'ala bestraft uns nicht für jede Sache. Er könnte uns, wenn er wollte, subhanahu wa ta'ala, für jede Sache bestrafen. Weil wir auch hier die Strafe verdienen. Aber Allah verzeiht vieles. Das bedeutet, Allah ist sehr nachsichtig, subhanahu wa ta'ala. Er hat es auch nicht eilig mit der Strafe. Aber aus unserer Sicht, wenn wir Schlechtes tun, verdienen wir Schlechtes. Und Allah sagt uns hier in dieser Ayah, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُسِيبَةٍ فَا بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِكُمْ Und was auch immer euch an Unheil trifft, es ist durch das, was eure Hände vorausgeschickt haben, durch eure Sünden. Abu'l-Bara, du hast etwas von extrem gesprochen. Bist du jetzt selber extrem? In dieser Ayah ist doch klar und deutlich, dass Allah die Leute nur mit dem bestraft an Unheil, an Unglück, was ihre Hände vorausgeschickt haben, an Sünden. Das heißt, warum soll das extrem sein? Weil wir auch andere Beweistexte haben. Und lernt eine Sache, liebe Geschwister, die Aqida von Ahlus Sunnah. وَالْجَمَعَىٰ ist nicht nur, dass wir einen Teil der Beweistexte nehmen und einen anderen Teil auslassen. Das sehen wir zum Beispiel bei vielen Leuten der Bidda, dass sie deswegen komische, verdrehte Meinung haben. Warum? Weil sie nicht alle Beweistexte wirken gelassen haben. So gut wie auch das im Koran steht, dass wir durch unsere Hände, durch unsere Sünden, die wir gemacht haben, dass uns deswegen ein Unglück erleidet, gibt es genauso andere Beweistexte, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, und die Überlieferung ist bei Imam Ahmad von Sa'de bin Abi Waqqas. Er wurde gefragt, اَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاً Welches sind die am härtesten geprüftesten Jaume al-Qiyama? قَالَ أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاً So sagte er, die am härtesten geprüftesten sind die Propheten. So, jetzt haben wir schon mal ein ganz anderes Bild. Weil, wenn das nur Strafe wäre, eine Prüfung, ein Unglück, so wären die Propheten diejenigen, die am härtesten, bestraftesten von Allah. أَعْضُ بِلَّاً Denn die Propheten waren die besten Menschen, die reinsten Menschen, die Menschen, die den Sünden aus dem Weg gegangen sind. Wie können wir sagen, dass diese Leute von Allah eine Strafe bekommen haben in dem Sinn? Daher, liebe Geschwister, müssen wir die Beweistexte zusammenführen. Und wenn wir die Beweistexte zurückführen, höre, was Ali ibn Abi Talib radiallahu'an sagte. Er sagte, und dieses in Al-Jawab Al-Kafi von Ibn Al-Qayyim, Rahimullah Ta'ala, verzeichnet, مَا نَزَلَ بَلَاً إِلَّا بِذَنْبِ وَلَا رُفِعَ بَلَاً إِلَّا بِتَوْبَ Keine Prüfung wird herabgesandt, bedeutet, kein Unglück trifft ein, außer mit einer Sünde. Und kein Unglück wird wieder aufgehoben oder entfernt, besser gesagt entfernt, außer durch eine aufrichtige Taube. Dies ist kein Hadith vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und manche kritisieren das auch von Ali ibn Abi Talib. Aber ich wollte euch nur von der einen Sicht zeigen, denn wenn diese Wörter auch nicht stimmen sollten, wir haben tausend andere Beweise aus dem Koran für diese Aussage von Ali ibn Abi Talib radiallahu'anhu waardah, dass er sagte, eine Prüfung wird herabgesandt, kommt herunter, ein Unglück mit was, durch eine Sünde. Und das stimmt. Aber das ist nicht alles. Und das ist das Problem. Wir hören eine Eier, wir hören vielleicht eine Aussage und denken, das ist das ganze Wissen. Nein, liebe Geschwister. Sondern vielmehr ist das eine Sache, wo wir zum Teil ein Wissen haben. Allgemein ist es so, dass jemand geprüft wird durch Dinge, die er nicht mag, die ihm unangenehm sind. Warum? Aufgrund seiner Sünden. Aufgrund seiner Sünden. Aber ist darin nur ein Schaden für jemanden, wenn er geprüft wird, ein Unglück erleidet? Nein. Schäichul-Islam, Rahimullah Ta'ala, sagt in Jammah Ar-Rasail, er sagt, Musibatun, tuqbilu biha ala Allah, khayrun min ni'matin tunsika dikralah. Dass du mit einer Prüfung Allah Subhanahu Wa Ta'ala triffst, das bedeutet, du warst geduldig und hast den Lohn erhofft für diese Prüfung. Mit so einer Prüfung Allah zu begegnen, mit so einem Schicksalsschlag Allah zu begegnen, ist besser, als eine Gnade von Allah zu bekommen, die dich Allah vergessen lässt. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Was für eine wunderschöne Aussage von diesem großen Gelehrten. Ich will diese Aussage nochmal wiederholen, damit wir dieses Biizli wa Ta'ala richtig verstehen, liebe Geschwister, es gibt Leute, der wird geprüft durch eine Prüfung, zum Beispiel eine Krankheit, eine schwere Krankheit. Möge Allah Subhanahu Wa Ta'ala den Muslimen Heilung, schnelle Heilung geben, Allahumma amin. Er bekommt eine schlimme Krankheit. Durch diese Krankheit kehrt er zurück zum Wege Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Und das ist bei sehr vielen Leuten schon passiert, wie ihr selber wisst, liebe Geschwister. Diese Prüfung, sagt Schäichul-Islam, ist besser für den Gläubigen, als dass er vielleicht absolute Gesundheit bekommt, fast nie krank ist und dadurch vergisst er Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu Akbar. Was für ein wichtiger Satz, den wir hier Biizli wa Ta'ala auch verinnerlichen müssen. Hört, was die Gelehrten sagen bezüglich der Prüfung, damit wir das auch einordnen können. Ich habe es schon ansatzweise erklärt, aber in dieser Frage werden wir es nochmal deutlich und klar erklären, liebe Geschwister. So sagen die Gelehrten, Allahu Azza wa Jal, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, er prüft seine Diener sowohl in Zeiten des Wohlstands, des Reichtums und auch in Zeiten der Armut beziehungsweise des Elends. Aber dieses tut Allah nur, wir reden jetzt über die guten Diener, dieses tut Allah Subhanahu Wa Ta'ala nur, sie so in der Art, in der Heftigkeit zu prüfen, um ihre Paradiesstufen zu erhöhen, um ihr Ansehen zu erhöhen und um ihnen ihre guten Taten zu vervielfachen. Wie Allah das auch macht, bezüglich der Propheten und der Reichtschaffenden Diener, die nur in der Heftigkeit geprüft werden, weil Allah Azza wa Jal Subhanahu Wa Ta'ala, der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, wir haben die Überlieferung schon gehört, Die am härtesten, geprüftesten sind die Propheten oder in einer Überlieferung, dann die Rechtschaffenden und dann die ihnen nachstehenden, die ihnen nachstehen. Das bedeutet, liebe Geschwister, dass wir von der einen Seite jetzt mitbekommen haben, dass die besten Diener, wenn sie geprüft werden, so ist das nur um ihre Rangstufen zu erhöhen und um ihr Ansehen zu stärken, zu ehren und auch um ihre guten Taten zu vervielfachen. وَتَارَتَنْ يَفْعَلُ دَلِكَ سُبْحَانَهُ بِسَبَابِ الْمَعَاسِ وَالْظُنُمْ Und manchmal prüft Allah einem, lässt einem ein Unglück geschehen durch seine Sünden und Verfehlungen. فَتَخُونَ الْعُقُوبَةُ مُعَجَّلَ كَمَقَالَ سُبْحَانَهُ So kommt die Strafe schnell von Allah subhanahu wa ta'ala, wie er sagt وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَفِيرٌ Auch diese Eier haben wir gehört und es schadet nicht, das zweimal zu hören. Was auch immer euch an Unglück trifft, so ist das durch eure eigene Hände und Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht vieles. فَالْغَالِبُ عَلَى الْإِنسَانِ تَقْسِرُ وَعَدَمِ الْقِيَامِ بِالْوَاجِبُ Das was am meisten ist bei den Menschen ist, dass sie aufgrund folgender Umstände eine Prüfung, ein Unglück, ein Schicksalsschlag bekommen, weil sie nachlässig sind und weil sie auch mit den Verpflichtungen, die Allah ihnen auferlegt hat, Gebet, Fasten und so weiter und so fort, weil sie damit sehr leichtfertig umgehen. Sie machen das sehr dürftig und kommen nicht richtig ihren Verpflichtungen nach. فَمَا أَصَابَهُ فَهُوَ بِسَبَبِ ذُنُوبِهِ وَتَقْسِرِهِ بِأَمْرِ اللَّةِ Das heißt, was auch immer ihn trifft, dieser anderen Person, der nicht ein besonders guter Diener ist, so ist das nur durch seine Nachlässigkeit, indem er den Anordnung Allah subhanahu wa ta'ala nicht richtig nachkommt. Das heißt, du musst selber sehen, wenn ich dich frage, war das eine Prüfung oder eine Strafe zum Beispiel, du bekommst diese Krankheit, bleiben wir bei der Krankheit. Warum hast du sie bekommen? Du kannst das am besten beantworten. Abul Barah, ich bin doch kein Gelehrter. Du brauchst kein Gelehrter dazu zu sein. Sogar weißt du besser über deine Umstände, über dein Leben Bescheid als ein Gelehrter. Warum? Wenn ich dich jetzt frage, was für ein Diener bist du? Du wirst mir sagen, Abul Barah, ich versuche meine fünf Gebete in der Moschee zu machen. Wenn ich Arbeit habe oder andere Dinge, dann versuche ich es so oft wie möglich. Ich bete meine Sunnan, ich faste meine Fastentage im Ramadan, ich kölziehe gern die Umrah und die Hajj. Und ich gebe von meinem Vermögen auf, wenn ich nicht so viel Geld habe, vielleicht bin ich hier und dort mit jedem Euro dabei. Und ich versuche Allah zu fürchten, indem ich auf Halal und Haram achte. Wir brauchen jetzt nicht darüber zu reden, dass wir Engel sind. Weder bin ich ein Engel noch ihr. Vielleicht sündigen wir jeden Tag zwei, drei, vier, fünf Mal. Allahu ala. Möge Allah uns vergeben. Die Person, wie ich sie gerade beschrieben habe, auch mit den Sünden, die ich gerade erwähnt habe, diese Person, wenn er geprüft wird, so ist das, um seine Rangstufen im Paradies zu erhören. Möge Allah uns das ermöglichen. Aber wenn ich dich frage, was ist deine tatsächliche Beziehung zu Allah, du sagst mir, wie oft vergesse ich Allah. Ich bete oft nicht und ich faste oft nicht. Und wenn ich bete, bete ich schnell und wenn ich faste, gucke ich 50 Mal in den Kühlschrank rein, ob das Essen, was ich dann zum Iftar essen werde, zum Fastenbrechen, auch zu mir passt oder nicht zu mir passt. Wenn ich Koran lese, lese ich das mit halbem Herzen und und und. Dann frage ich dich, ja Habibi, möge Allah mich und dich recht leiten, warum diese Krankheit als Prüfung richtig aufgrund deiner Sünde. Möge Allah uns unsere Sünden vergeben. Das ist der Unterschied. Das heißt, wir gehen nicht ins eine Extrem, dass wir sagen, alles ist durch unsere Sünden. Das stimmt, bei manchen Leuten stimmt das. Deswegen kriegen sie diese Unglücke in ihrem Leben. Und die anderen, nein, sie werden nur geprüft, um ihre Rangstufe im Paradies zu erhöhen. Nein, es gibt sowohl dieses als auch jenes. Und du selber solltest darauf schauen, welche Art von Gattung du bist, welche Art von Gruppe du bist. Gehörst du zu der ersten Gruppe? Dann hani an lak, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich nur prüft, um deine Paradiesprätze zu erhöhen. Lasst uns, liebe Geschwister, nachdem wir diese Einleitung, die sehr wichtig war, gemacht haben, dazu kommen, wie muss unser Verhalten sein gegenüber Prüfung und Schicksalsschläge. Erstmal, und das ist sehr, sehr wichtig, der Punkt, eine gute Vermutung über Allah. Sehr, sehr wichtig. Hier fallen die meisten Leute durch. Abu'l-Bara, die meisten Leute, die meisten Leute. Und hör dich um. Und wenn wir diese Hadithi jetzt studieren, dann werdet ihr sehen, dass hier die meisten Leute durchfallen. Erstmal eine gute Vermutung. So berichtet Al-Bukhari, Rahimullah Ta'ala, von Abu Huraira, Radjallahu anh, Das ist ein Hadithi, wo Abu Huraira vom Propheten, sallallahu alaihi wa sallam berichtet, und dieser berichtet von Allah, dass dieser sagt, Allah, sallallahu alaihi wa sallam sagt, Ich bin so, wie mein Diener über mich denkt. Nochmal, ich bin so, wie mein Diener über mich denkt. Diese Überliebung ist bei Al-Bukhari. Imam Ahmad hat einen Zusatz. Wenn mein Diener gut über mich denkt, so ist das zu seinem Vorteil. Und wenn mein Diener schlecht über mich denkt, so ist das zu meinem Nachteil. Abu'l-Bara, meinst du damit, dass jemand, der geprüft wird, bei dem ein Unglück eintrifft, dass wenn er eine gute Vermutung hat über Allah, dass Allah ihn nur prüft, um das Gute für ihn zu bringen, ist das so? Das ist so. Und wenn er schlecht vermutet von Allah, dass er sagt, nein, das ist eine Strafe, nichts anderes, ich akzeptiere nichts anderes, so wird das auch eine Strafe für ihn sein? Genau das meinen wir. Hören wir die Überlieferung, liebe Geschwister. So wird überliefert. Ich denke bei Al-Tirmidhi, ich habe vergessen, hier die Quelle einzutragen. Ich denke, das ist bei Al-Tirmidhi. Der Gesandte, salallahu alayhi wa sallam, trat einmal bei einem wüsten Araber in das Haus ein, um ihn zu besuchen. Dieser war krank gewesen. Und es war eine Gewohnheit, sagt Ibn Abbas, wenn der Prophet, salallahu alayhi wa sallam, zu einem Kranken in das Haus eingetreten ist, um ihn zu besuchen, dann sagte er, hier haben wir schon mal was gelernt, wenn ein Kranker vor uns steht oder vor uns liegt, dann sagen wir, nicht, dass er schon tot ist, dann sagen wir was anderes, aber solange er als Kranker vor uns steht oder vor uns liegt, was bedeutet das? La ba'sa tahurun bedeutet, du sollst keinen Schaden dadurch bekommen und es soll dir hier, insha'allah, damit deine Sünden vergeben werden. Qala tahurun, dann sagte dieser Arabi, den der Prophet, salallahu alayhi wa sallam, besucht hat, von wegen Besserung und kein Schaden soll mich erfassen. Kalla, keineswegs. A'udhu billah, schaut mal die Worte von diesem Arabi. Er sagte, belhiyah humma tafur. Vielmehr ist das ein Fieber, der brodelt. Ala, sheikhin kabir. In einem alten Mann, so ein Fieber, unerträgliches Fieber. In einem alten Mann. Tuziruhul Qubur. Und dieses Fieber wird ihn, er redet über sich, dieser alte Mann, wird ihn noch den Friedhof besuchen lassen, wird ihn noch in sein Grab hereinbringen, gegen sein Willen. Faqala al-Nabiyu, sallallahu alayhi wa sallam, fa naam idhan, so soll das dann auch sein. Allahu akbar. Allahu akbar. Nochmals, damit wir verstehen, der Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, sagte, la ba'sa fa hurun inshaallah. Sozusagen im Deutschen sagt man, gute Bessung. Und natürlich, wir erhoffen uns auch mit einem Unglück, einer Krankheit auch, dass wir belohnt werden, liebe Geschwister. Dann sagte er, von wegen, dieser Wüstenarber, von wegen, vielmehr schmerzt mich das. Und vielmehr bin ich unzufrieden. Ich übersetze jetzt frei. Ich übersetze, was er damit meinte. Deswegen war die Antwort auch vom Propheten, sallallahu alayhi wa sallam, entsprechend, von wegen, gute Bessung. Schau mal, wie ich brodele. Schau mal, wie schlecht es mir geht. Noch einen Moment, dann besuche ich noch meinen Grab. Dann sagte der Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, so soll es dann sein. So wie du denkst, über Allah, sallallahu alayhi wa ta'ala, so ist auch das, was du bekommen wirst. Sehr gefährlich, diese Überlieferung. Wallahi, sehr gefährlich. Je nachdem, wie unsere Vermutung ist, so wird auch entsprechend Allah uns so behandelt. Und wie viele Leute, wenn sie krank werden, oder ihr Vermögen verlieren, oder ein Kind verlieren, dann sagen sie, warum ich, hätte Allah keinen anderen finden können, das ist nichts anderes, er will mich nur bestrafen, so ist das eine Strafe von Allah. A'udhu billah. Deswegen, ya ikhwah, wir sollten aufpassen hier auf unsere Einstellung, die wir gegenüber Allah sallallahu alayhi wa ta'ala haben. Was sagt Allah in der heiligen Überlieferung? Ich bin so, wie mein Diener über mich denkt. Wenn er gut über mich denkt, dann zu seinem Vortag. Und wenn er schlecht über mich denkt, dann zu seinem Nachtag. Subhanallah, liebe Geschwister, Ich werde jetzt ein Hadith nennen, den al-Tabarani und Imam Ahmad und ibn Maja und al-Bayhaqi überliefert haben. Und Sheikh al-Albani sagt, dass diese Überlieferung in al-Sahihah authentisch ist. Ich werde jetzt ein Hadith erwähnen, der uns allen keine andere Möglichkeit bietet, außer dass wir uns sehr, sehr vor Allah schämen werden. Alle, wenn wir noch ein Herz haben, möge Allah uns gesunde Herzen geben. So berichtet Abu Huraira radiallahu an, dass der Gesandte sallallahu alayhi wa sallam einmal zu einem Mann rausgegangen ist, um ihn zu besuchen, der zu seinen Gefährten gehörte. Und er hatte einen sehr schlimmen Schmerz gehabt, während ich mit ihm war, sagte Abu Huraira radiallahu an. Dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala zu dieser Person. Diese Person hatte, damit wir den Hintergrund erfahren, eine Krankheit. Er hatte einen schlimmen Schmerz und er hatte dieses heiße Fieber, liebe Geschwister. Schaut mal, was der Prophet sallallahu alayhi wa sallam dieser kranken Person sagte. Er sagte zu ihnen, inna allaha yaqul, walish Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dieses Fieber, welches meinem rechtschaffenden Diener getroffen hat. So habe ich es über ihn eingesetzt, über diesen gläubigen Diener, damit das sein Anteil an Feuer für das Jenseits Jawmul Qiyama ist, bedeutet, das war, was er in der Dunja als Strafe bekommen hat, damit er es nicht im Jenseits, im Höllenfeuer als Strafe bekommt. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Das heißt, liebe Geschwister, Allah hat ihm nur dieses Fieber kosten lassen. Hart, hart. Abu'l-Baratu nicht so, als ob das leicht war. Hart, hart. Aber ich frage dich gleichzeitig, welche Strafe ist härter, in der Dunja oder in der Akhirah? Höre, was der Prophet sallallahu alayhi wa sallam in einer Überlieferung bei Imam Muslim sagt, inna azab al-Dunja ahwan min azab al-Akhirah. Wahrlich, die Strafe in der Dunja ist leichter als die Strafe in der Akhirah. Abu'l-Barat, meinst du, er hat dieses Heiße, er hat diese Hitze verspürt, dieser Mann, was wir Fieber nennen, nur damit er Jawmul Qiyama nicht die Hitze im Höllenfeuer erlebt? Das heißt, Allah hat es ihm schon in der Dunja gegeben? Genau das meine ich. Wallahi, wir sollten uns schämen vor Allah. Wie können wir schlecht vermuten? Einer hat ein heißes Fieber, er lebt Hitze und er denkt, er kann nicht mehr. Und es gibt solche Temperaturen, die einen verrückt werden lassen, liebe Geschwister. Das ist dein Anteil, wenn du ein gläubiger Diener bist. Das ist dein Anteil, den du normalerweise im Jenseits hättest spüren müssen im Höllenfeuer. Aber Allah hat es dir erleichtert und dir diesen Anteil schon in der Dunja zukommen lassen. Subhanallah. Der erste Punkt nochmal, eine gute Vermutung über Allah. Der zweite Punkt, Geduld im ersten Moment. Abu'l-Barat, warum betontest du den ersten Moment? Weil ich nicht den zweiten und den dritten Moment meine. So höre diese Überlieferung, Ba'l-Bukhari. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, kam einmal an eine Frau vorbei, die ihr Kind verloren hatte. Und sie war auf dem Friedhof und weinte die gesamte Zeit. Und im Übrigen hier auch ein Beweis dafür, dass die Frauen zum Friedhof gehen dürfen. Ansonsten hätte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, es ihr verboten. Aber sie war am Friedhof und weinte um ihr Kind. Und so heißt es in der Überlieferung, die al-Bukhari überliefert hat. وَكَذَلِكَ بِقِسَّةِ مُرُورِهِ عَلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي تَبِكِ عِنْدَ الْقَبْرِ فَكَلَّمَهَا Eine Frau, die aufgrund ihres Kindes, was hier nicht im Hadith steht, es gibt andere Überlieferungen, die aufgrund ihres Kindes geweint hat, während sie sich am Grab von ihrem Kind befand. So hat der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, mit ihr gesprochen, verqalat, so sagte sie, إِلَيْكَ عَنِّي, گِيْ وَكَانْنِي, گِيْ وَكَانْنِي, گِيْ وَكَانْنِي, Sie hat getrauert und wollte mit niemandem sprechen und wollte auch von keinem Trost haben, گِيْ وَكَانْنِي, وَهِيَا لَا تَعْلَمُ مَنْ هُوَا Sie wusste nicht, dass es der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, war. فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْهَا قِيلَ لَهَا أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ Als er davongegangen ist, der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, wurde ihr gesagt, das war der Gesandte. جَاءَتْ تَعْتَذِرُوا فَقَالَ لَا So kam sie zu ihm, sie ist bis zu seinem Haus gegangen, wie es in einer anderen Überlieferung heißt, und hat ihn um Entschuldigung gebetet. So sagte er zu ihr, ganz berühmte Wörter, إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ صَدْمَةِ الْعُولَ Die Geduld ist im ersten Moment. Die Geduld ist was? Im ersten Moment. Nicht im zweiten, nicht im dritten, nicht im vierten. Wenn du belohnt werden willst, für deine Geduld, sie ist im ersten Moment. Sofort. Was soll ich sagen, Abul Barah, mich hat das Schicksalsschlag getroffen, soll ich sagen, ich bin jetzt geduldig im ersten Moment? Nein. Aber Allah sieht doch, ob du sagst, Alhamdulillah. Ob du sagst, قَبِلْتِ, ich akzeptiere das. Allah sieht das doch. Dazu musst du nichts sagen. Dein Herz spricht auch, oh Dina Allahs. Dein Herz spricht. Und hier sollte deine Geduld im ersten Moment sein. Warum? Schaut, was Ibn al-Qayyim, rahimullah ta'ala, sagte. وَقَالَ بَعْدُ الْعُقَلَى Er sagte, und einige der Weisen sagten, Al-Aqilu عِنْدَ نُزُولِ الْمُسِيبَةِ يَفْعَلُ مَا يَفْعَلْهُ الْأَحْمَقْ بَعْدَ شَعْرِدِ Der weise Mann, der Verstand besitzt, wenn ein Schicksalsschlag ihn erfährt, wenn eine Prüfung ihn trifft, so macht er im ersten Moment das, was ein Schwachkopf erst nach einem Monat macht. Was macht er im ersten Moment? Alhamdulillah. Warum? Warum wird er derjenige genannt, der Verstand hat? Weil, wenn du hörst, dein Vermögen ist verloren gegangen. Es ist schon passiert, du kannst das nicht mehr rückgängig machen. Ganz gleich, wie sehr du schreist, wie laut du streichst, wen du auch anschreichst, und wenn du dir selber mit der Faust eine ins Gesicht gibst, frage an dich, wird dein Vermögen zurückkommen, du sagst mir nein. Also, hola, worüber rückst du dich auf? Es ist schon passiert, das Schicksal ist eingeschlagen. Das Schicksal ist eingeschlagen. Tja, so ist das. Was sagt hier der schlaue Mann? Er sagt, Alhamdulillah, er akzeptiert die Prüfung so wie sie ist. Er muss auch nicht super zufrieden damit sein, denn das sind höhere Stufen. Möge Allah sie uns geben, subhanahu wa ta'ala. Er akzeptiert diese Prüfung. In diesem Moment ist Allah mit ihm zufrieden. Was? Er ist nicht mal super zufrieden mit... Wer ist so leicht zufrieden mit einer Prüfung? Das ist ja nichts Leichtes. Du verlierst deine 50.000 Euro. Abul Barah, ich glaube, du spielst mit mir. Ich brauche nicht, Alhamdulillah, zu sagen, du akzeptierst die Prüfung. Ich komme gleich dazu, in einem anderen Hadith. Und da werden wir das kennenlernen, be-Ivnallahu wa ta'ala. Du akzeptierst die Prüfung. Halas, das ist die Prüfung. Ich nehme sie so hin. Allah hat das so bestimmt. Ich nehme sie so hin. Abul Barah, 100.000 Euro weg. Besser die weg, als du weg, Yahoum al-Qiyama. Besser die weg, als du weg, Yahoum al-Qiyama. Deswegen macht der schlaue Mann was? Das, was der Ahmak, der Schwachkopf, nach einem Monat macht. Was macht der Schwachkopf? Er schimpft. Er beleidigt. Er schlägt. Er tritt. Er spuckt. Und zum Schluss, nach einem Monat, sagt er, Alhamdulillah, ich weiß nicht, was ihr sagt. Alhamdulillah, alles gut. Wala gut, wala schut. Und du bist der Schwachkopf hier, weil du erst wann nachgegeben hast, nachdem du dein ganzes Pulver verschossen hast. Du hast keine einzige Kugel mehr. Der schlaue Mann hat noch ein ganzes Waffenarsenal und keine Kugel hat er verschossen. Du hast alle verschossen, keine einzige Kugel hast du behalten. Das ist der Unterschied zwischen dem und dem. Hast du die Wörter verstanden von Ibn al-Qiyama, Rahimullah Ta'ala? Der Schwachkopf macht das nach einem Monat, was der schlaue Mann nach einem bestimmten Moment macht. Schicksal eingetroffen, die Situation ist schon passiert. Du kommst nach Hause, dein Haus brennt. Was willst du machen? Kannst du das rückgängig machen? Du kannst das nicht rückgängig machen. Abul Barah, ich versuche zu retten, was ich ja, das ist ja ein anderes Thema. Darüber reden wir nicht. Rette von dem, was du retten kannst. Aber ich rede über das Schicksal und wie du zu diesem Schicksal stehst. Nächster Punkt, dass wir nicht den Zorn Allahs erregen dürfen. Wenn uns die Prüfung trifft, wie Abul Barah, ich kann Allah zornig machen, indem er mich geprüft hat und ich damit unzufrieden bin? Ja. Aber dazu musst du die ganze Überlieferung hören, dann wirst du dich schämen. Jetzt schämst du dich vielleicht noch nicht, aber gleich wirst du dich abgrundtief schämen. Möge Allah zornig und Scham gegenüber Allah zornig geben. So heißt es in einer Überlieferung bei Tirmidhi. Und Sheikh al-Albani sagt, in Sinsila al-Sahihah, dass sie authentisch ist. Anas, Ibn Malik, radiallahu anhu wa abda, an Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, Anas berichtet vom Propheten, sallallahu alayhi wa sallam, dass er sagt, Er sagt, sallallahu alayhi wa sallam, die Höhe der Belohnung entspricht der Höhe der Prüfung. Erklärung, 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 Abu Bala. Je stärker du geprüft wirst, umso gewaltiger ist dein Lohn. Das heißt, eine kleine Prüfung, kleiner Lohn, eine große Prüfung, großer Lohn. Nichts anderes heißt diese Hadith. Du kannst je nach Prüfung oder Stärke der Prüfung, und Allah wird dich nur so viel prüfen, wie du es aushältst, weil er kennt deine Iman-Stufe. Allah wird dir so viel Lohn geben, wie er dich auch geprüft hat. Und das, subhanallah, das, liebe Geschwister, ist doch unsere einzige Rettung, der einzige Anker, an den wir halten können, wenn wir geprüft werden. Möge Allah sallam und Standfestigkeit geben. Die Höhe der Belohnung entspricht der Höhe der Prüfung. Prüfung. Der Prüfung. Und wenn Allah, jetzt höre zu, warum wir uns schämen sollten, und warum wir nicht den Zorn Allahs erregen dürfen. Und wenn Allah ein Volk liebt, dann prüft er es. Das heißt, jetzt höre zu, oh Diener Allahs. Allah sagt, erst mal sagt dir der Prophet sallallahu alaihi wasallam, du wirst entsprechend belohnt, entsprechend deiner Prüfung. Und wenn Allah dich liebt, so prüft er dich. Warum hat Allah dich geprüft? Weil er dich liebt. Und ich rede jetzt über die gläubigen Diener. Derjenige, der dann die Prüfung akzeptiert, so ist Allah mit ihm zufrieden. Allahu akbar. Abul Bara, nochmal den arabischen Quelltext. Weil ich sehe, du gehst sehr leichtfertig mit Übersetzung um. Und dafür hasse ich dich. Ich will den arabischen Quelltext. Kein Problem. Aber du sollst jetzt verstehen, Grundlage. Deswegen sagen wir euch, es reicht nicht nur, dass eine Person beide Sprachen gut beherrscht, sondern er muss auch die Thematik kennen, die er übersetzt. Wenn wir hier wörtlich übersetzen, in der Tat, wer dann auch immer mit der Prüfung zufrieden ist, so wäre Allah auch mit ihm zufrieden. Das wäre die wörtliche Übersetzung und falsch. Wieso falsch, Abul Bara? Ganz einfach. Weil wir Rangstufen haben. In was? Weil wir Rangstufen haben in der Annahme der Prüfung. Wie wir einer Prüfung gegenüberstehen. Akzeptanz ist eine Sache. Zufrieden zu sein mit einer Prüfung ist eine Sache, die ist nicht verpflichtend in unserer Religion. Weil das auch nicht jeder kann. Leuchtet ein. Das ist nicht eine Sache, die jeder schafft. Das heißt, das ist eine höhere Stufe. Und noch Allah für diese Prüfung dankbar zu sein, ist die allerhöchste Stufe. Akzeptanz, Zufriedenheit, dafür dankbar sein für diese Prüfung. Aha. Wer die Prüfung auch immer akzeptiert, so ist Allah mit ihm zufrieden. Und wer zornig ist, wütend ist auf Allah, so ist Allah mit ihm unzufrieden. Okay, ich habe es jetzt nicht verstanden, Abul Bara. Warum ist Allah mit mir unzufrieden? Er hat mich doch geprüft. Er weiß doch, dass ich das nicht einfach so aushalte. Aber ich frage dich jetzt eine Gegenfrage, lieber Diener. Warum hat Allah dich geprüft? Antworten. Richtig, weil er dich liebt. Und so hat Allah dich geprüft, weil er dich liebt. Und du hast die Liebe Allahs umgeändert in den Zorn Allahs. Hast du das verstanden? Allah hat dich nur geprüft, weil er dich liebt. Was hast du aus der Liebe Allahs gemacht? Den Zorn Allahs herbeigerufen. Auzubillah. Jetzt sollten wir uns schämen dafür. Warum? Weil hättest du dieses nur akzeptiert, hätte Allah dich geliebt. Und Allah hätte dich dafür belohnt. Aber nein, du musstest mal wieder den Griesgremigen spielen. Diesen Meckerschlumpf. Es gab immer einen Schlumpf. Der hat immer gemeckert. Egal, die ganze Serie. Nicht dieser irgendwas mit Mehl. Wie hieß der? Gaga-Mehl. Es gab einen Schlumpf, der hat immer gemeckert. Du bist dieser Schlumpf. Abu La'afat. Walad-Schlumpf. Weil der war klein. Warum? Mecker nicht, sondern vielmehr sei dankbar, dass Allah dich liebt und deswegen hat er dich geprüft. Der nächste Punkt, vorletzter Punkt. Allah um einen besseren Ersatz bitten für das, was man verloren hat. Du hast dein Geld verloren. Du hast dein Kind verloren. Du hast vielleicht, Schwester, dein Ehemann verloren. Oder ein Mann hat seine Ehefrau verloren. Hier muss man Folgendes machen. Und dass man mit Mus, sage ich, das ist die Sunna, das zu machen. Hier tut man Folgendes. Die Überlieferung ist bei Imam Muslim. An Um Salama radiallahu anha. Anna ha qalat. Um Salama radiallahu anha. Sie ist später eine der Ehefrauen des Propheten Sallallahu alaihi wa sallam gewesen. Aber zuvor war sie noch verheiratet gewesen mit Abu Salama. Sie sagte, Samaitu Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam yaqul. Ich hörte den Gesandten Sallallahu alaihi wa sallam sagen. Sie sagte, ich hörte vom Gesandten Sallallahu alaihi wa sallam, dass er sagte, Kein Muslim wird mit einem Schicksalsschlag, mit einem Unglück geprüft. So sagt er, was Allah ihm befohlen hat. Inna lillah, inna lillah wa inna ilahi rajaun. Zu Allah gehören wir und zu Allah kehren wir zurück. Und dann sagt er das Mitgebet, oh Allah, belohne mich für mein Schicksalsschlag und ersetze es mir durch Besseres. Belohne mich für mein Schicksalsschlag und ersetze es mir durch Besseres, außer dass Allah es ihm durch Besseres ersetzen wird. Subhanallah. Jetzt bin ich gespannt, was ist um Salama Besseres passiert. Hört, was sie sagte. Als mein Mann Abu Salama, sagt sie, gestorben ist, so sagte ich mir, welcher Muslim soll besser sein als mein Mann. Abu Salama war ihr Traummann. Abu Salama war ihr Traummann. Er stand im Mittelpunkt ihres Lebens. Und sie war eine Frau, die ihn sehr, sehr, sehr geliebt hat. Und umso gewaltiger war diese Prüfung für sie, als ihr Mann gestorben ist, radiyallahu anhu, abu salam. Sie sagte, um zu bekräftigen, dass er der Beste war oder zu den Besten gehörte, awalu beytin hajarah ila rasulillah, sallallahu alaihi wa sallam. Thumma inni kultuha. Er war der Erste, der ausgewandert ist zum Gesandten, sallallahu alaihi wa sallam. Schaut mal, ihre Eigenschaften, die sie nennen, die Sahaba. Nicht, er war derjenige, der am besten im Geldrechnen war. Er war derjenige, der am meisten Döner gegessen hat. Sondern er war der Erste, der ausgewandert ist zum Gesandten, sallallahu alaihi wa sallam. Und sie haben das aus Glauben heraus gemacht. So sagte sie, dann habe ich das gesagt. Dann habe ich das Bittgebet gesagt. Oh Allah, belohne mich für meinen Schicksalsschlag und ersetze es mir durch Besseres. Dann hat Allah mir den Gesandten, sallallahu alaihi wa sallam, zum Mann gegeben. Besser als Abu Salama bei Allah nicht nur hundert oder tausend Mal. Besser ins nur Allah weiß Bescheid. Obwohl sie Abu Salama so geliebt hat. Und sie dachte, niemand ist ihm gleichwertig. Aber Allah weiß doch am besten, wer diejenigen sind, die die höchsten Stufen haben. Und so gab er ihr den Gesandten, sallallahu alaihi wa sallam, zum Mann. Also war sie zufrieden. Was hat sie gesagt? Sie hat dieses Bittgebet gesagt. Natürlich ist das schwer zu einem Zeitpunkt, dieses zu sagen. Aber ich sage dir ehrlich, Achil Karim und Uchtil Karima, möge Allah uns alle segnen. Warum sollen wir einfach eine Sache so verlieren? Wir können doch, wir können doch, und ich betone nochmal, wir können doch Besseres dafür bekommen. Deswegen sollen wir das sagen, beidhnillah ta'ala. Und dann, liebe Geschwister, den vorletzten Punkt, seit einer halben Stunde sind wir beim vorletzten Punkt, auf den Lohn hoffen. So berichtet Anas ibn Malik, die Überlieferung ist bei Tilmedi, und ihr habt schon den Teil gehört. Er sagte, deswegen sage ich es nur noch auf Deutsch, wahrlich, die Belohnung entspricht der Höhe der Prüfung. Du sollst auf den Lohn hoffen. Und niemals denken, dass Allah, azzawajal, dich nicht belohnt. Doch, das ist doch das, was dich noch am Leben hält. Das ist das, was dir Kraft gibt, dass du an diesen Lohn festhältst. Und schaut mal, für alle Leute, die einen Liebsten verlieren, sei es ihr Vater, sei es ihre Mutter, sei es ihr Bruder, sei es ihre Schwester, sei es von ihren Liebsten irgendjemand, höre diese Überlieferung bei Al-Bukhari, damit wir auf den Lohn hoffen. So sagt Allah, azzawajal, in dieser heiligen Überlieferung. Mein gläubiger Diener bekommt keinen anderen Lohn. Das heißt, er bekommt diesen Lohn. Bekommt keinen anderen Lohn, außer das Paradies, wenn ich von einem Liebsten von ihm die Seele nehme und er auf den Lohn hofft. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Und er auf den Lohn hofft. Abu'l-Bara, ich habe meinen Vater sehr geliebt. Ich habe meine Mutter sehr, sehr geliebt. Und sie sind von uns geschieden. Heißt das jetzt, dass wenn ich geduldig war, so wird Allah mir dafür das Paradies geben? Eywallah. Und nicht nur das ordine Allah. Ich höre diese andere Überlieferung bei Imam Ahmad al-Nasa'i und Sheikh al-Albani, sagt in Sahih al-Jama'ah, dass sie authentisch ist. An Abi Hurayrata radiyallahu an, Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, Ma min muslimayni yamutu lahuma thalathatu awladin, lam yablugu al-hinta. Illa adekhalahum wallahu wa iyyahum bifadli rahmatihi al-Janna. Keine zwei Muslime. Das bedeutet Vater und Mutter, die drei Kinder haben und sie verlieren ihre Kinder, während diese Kinder noch nicht die Pubertät erreicht haben, außer dass Allah diese Eltern und die Kinder zusammen in das Paradies eingehen lässt. qala yuqalu lahum, dann wird zu ihnen gesagt, udukhulul janna, zu den Kindern wird gesagt, betretet das Paradies. fayaqulun, so sagen die Kinder, nein, hatta yajia abawana, wir werden nicht das Paradies betreten, bis unsere Eltern mit uns in das Paradies eingehen. Wir gehen nicht in das Paradies. Wir warten auf unsere Eltern, entweder kommen sie mit uns, oder die Sache wird problematisch. Schaut mal, was der Prophet s.a.w. sagte, fayaqulun, dann sagte er, fayaqulun, dann wird zu ihnen gesagt, zu diesen Kindern, die ihre Eltern verloren haben. udukhulul jannata antum wa abawakum, geht ihr und eure Eltern in das Paradies ein. Allahu akbar, Allahu akbar. Abu'l-Bara, die Familie kommt zusammen, die Familie kommt zusammen, aber sie haben doch unterschiedliche Stufen im Paradies. Sie kommen zusammen. Solange sie alle Paradiesbewohner sind, kommen sie zusammen. Abu'l-Bara, wo ist dein Beweis? Subhanallah, heute redest du mal wieder viel. Wo ist dein Beweis dafür, dass sie alle dieselbe Stufe bekommen? Ein Kommentar von Ibn Abbas. Es gibt eine Ayah, liebe Geschwister, wo Allah a.s.w. sagt, und diejenigen, die glauben, und diejenigen, die ihnen folgen, glauben, folgen, im Glauben. Im Glauben von ihren Nachkommen, von den Leuten, die nach ihnen kommen, mit denen wollen wir ihre Nachkommen vereinen. Mit denen wollen wir ihre Nachkommen vereinen. Schaut mal, was Ibn Abbas über diese Ayah sagte. Er sagte, Inna Allaha la yarfa'u zurriyata al-mu'mini fi darajatihi wa inkanu dunahu fil amal li taqarra bihim aynuhu summa qaraa hazihi al-ayah. Ibn Abbas, der an sagte, walisch Allah, er erhöht die Gangstufen von den Nachkommen, damit sie auf dieselbe Stufe kommen, wie diejenigen, die ihnen vorausgeeilt sind. Und wenn sie auch unterschiedlich in den Taten waren. Und wenn sie auch unterschiedlich in den Taten waren. Abul Barah, ich liebe meinen Mann so sehr. Werde ich mit ihm in dieselbe Stufe kommen, weil ganz im Ernst, er betet in der Nacht. Und er fastet am Tage. Und er ist einer, der viel Sadaqa gibt und Allahs erwählt. Ich kann nicht das machen, was er macht. Aber ich liebe ebenfalls Allah und ich liebe den Gesandten, sallallahu alaihi wa sallam. Aber ich schaffe nicht das zu tun, was er macht. Aber ich mache meine Pflichten. Komme ich mit ihm auf dieselbe Stufe? Inshallah. Kommst du mit ihm auf dieselbe Stufe? Und Allah gibt denjenigen die Stufe, die höher ist. Und so vereint Allah subhanahu wa ta'ala sie in der höheren Stufe. Und jetzt wirklich der letzte Punkt, liebe Geschwister. Sich selbst behandeln bei Krankheit. Wallahi, wir haben ein Problem. Ach, der ist krank. Bitte guck mal, ob du ein Raki für ihn findest. Salamu alaikum, ja Sheikh. Kannst du sofort vorbeikommen? Nee, eigentlich nicht. Doch, kommst sofort, Bescheid. Kommst sofort vorbei. Wir schicken dir auch ein Flugticket. Warum? Für was? Unser Kind ist krank. Unser Bruder ist krank. Unsere Schwester ist krank. Schaut mal, diese Geschichte wird uns einen anderen Einblick geben. Die Überlieferung ist bei Imam Muslim. An Uthman ibn Abi al-As al-Thakafi radiallahu an. Er sagte, Uthman ibn Abi al-As 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 al- lookout. Ich beklagte mein Leid beim Gesandten sallallahu alayhi wa sallam bezüglich eines Schmerzes, den ich an meinem Körper hatte, seitdem ich den Islam angenommen habe. Wir reden nicht über einen Tag, über zwei Tage, seit er den Islam angenommen hat. Und Allahu Alam, wie lang, ob das ein Jahr, fünf Jahre, zehn Jahre waren. Er sagte, ich habe ein Leid zu beklagen gehabt, seit ich den Islam angenommen habe. Dann kam ich zum Gesandten und beklagte mein Leid. Was sagte er? Das sagen wir auch euch immer. Jetzt wisst ihr auch, woher wir das haben. Tu deine Hand auf die Stelle, die wehtut. Das sagen wir immer den Leuten. Tu deine Hand auf die Stelle, die wehtut am Körper. Das heißt, wenn es der Kopf ist, bei den Takfiris, dann Kopf. Okay? Weil da fehlen immer so ein paar Gehirnzellen. Einfach Takbiri hier drauf. Wenn du spürst, da ist nichts, dann heißt das, da gibt es nicht mehr viel zu tun. Dann bitte Allah um ein neues Gehirn. Am besten bittest du gleich. So, du tust deine Hand auf die Stelle, die wehtut am Körper und sagst dreimal Bismillah. Dreimal was? Bismillah. 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 Abul Barat. Bismillah. Oder Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Und sage sieben Mal. Also erst mal, dreimal. Was haben wir gesagt? Bismillah. 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 Und sage sieben Mal. Ich suche Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala und seiner Allmacht vor einem jeden Übel, was ich empfinde und befürchte. Vor einem jeden Übel, was ich empfinde und befürchte. Nicht nur empfinde, auch befürchte. Subhanallah. So wird Allah dich heilen. Eine Frage. Wo ist der Raqi hier in dieser Überlieferung? Wo? Ja, Rasulallah, ich habe Schmerzen. Tu deine Hand auf die Stelle, die wehtut. Sag dreimal Bismillah. Und sieben Mal das andere. Kharas. Kein Raqi, kein Umraqi, kein Abu Raqi. Das brauchen wir nicht. Nimm das. Das ist ein Hadith. Bei Imam Muslim. Und setz ihn um und du wirst sehen. Walhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala wird dir das Gute geben. Habe ich etwas Gutes gesagt? Ist es von Allah? Habe ich etwas Schlechtes gesagt? Ist es von mir und von Al-Shaytan? Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salmi wa salim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barak laufikum wa jazakum la khairan. Wir schließen jetzt den Livestream, liebe Geschwister, und machen einen neuen Livestream auch für Fragen. Jazakum la khairan. Wassalamu alaikum wa rahmat la wa barakat.